Die Hörpredigt der Kirchengemeinde Sieg am Valentinstag. Pastorin Anja Botter Liebe, Liebende und Geliebte, sicherlich wundern Sie sich über diese etwas seltsam anmutende Anrede. Ich habe sie mir nicht ausgedacht. Vielmehr stammt sie vom Apostel Paulus. Er, der große Briefeschreiber, er hat so die Menschen in den Gemeinden angesprochen, mit denen er eben über seine Briefe in Kontakt war. In einem seiner Briefe hat er den so bekannten Vers geschrieben, auf den ein ganzes Kapitel hinausläuft. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und sind wir nicht eigentlich alle Liebende und Geliebte? Ich denke und hoffe es. Denn was wären wir ohne Liebe? Es gibt viele psychologische Gutachten und Studien, die genau das untersucht haben und belegen, wie groß der Einfluss von Liebe auf unser gesundes Gedeihen und Leben ist. Wer keine Liebe erfährt, dem fällt es oft sein Leben lang schwer, anderen Menschen Liebe zu zeigen. Kurz gesagt könnte man formulieren, ohne Liebe ist alles nichts. Und auf den Punkt gebracht, sagt das Paulus. Und auch Valentin, dem Bischof von Terni, aus dem dritten Jahrhundert nach Christus, an den wir heute denken, schien das wirklich wichtig gewesen zu sein. Valentin stellte nämlich die Liebe über offizielle Regeln und Bräuche. Zur damaligen Zeit war es üblich, dass junge Leute durch eine Art Liebeslotterie zueinander gelost wurden. Und sie können sich denken, nicht immer waren sie glücklich mit dem Los. Viele junge Leute wollten deshalb nicht mehr auf den Zufall vertrauen, sondern sie wollten sich selbst den Lieblingsmenschen suchen, mit dem sie ihr Leben verbringen wollten. Und Valentin förderte das. Er stellte eben die Liebe in den Mittelpunkt. Und er traute diese jungen Paare, die oft ohne Erlaubnis der Eltern zu ihm kamen. Er gab ihnen Schutz und er beschenkte sie mit Blumen aus seinem eigenen Garten. So fand er Vertrauen zu den vor allem jungen Leuten und begeisterte sie zudem für einen christlichen Glauben, der Vertrauen und Offenheit groß machte und die Menschen ermutigte, frei und selbstbewusst zu denken und zu leben. Nicht überall fand das Anklang. Zum Beispiel Kaiser Claudius war wenig begeistert, denn jetzt gab es immer mehr junge Männer, die lieber bei ihren Familien bleiben wollten, als begeistert in den Krieg zu ziehen. Auch wollte der Kaiser nicht allzu emanzipierte Untertanen. Sie ahnen es schon, Valentin wurde wegen seines Handelns, es war wahrscheinlich der 14. Februar 269, hingerichtet. Der Legende nach soll er kurz vorher noch der Tochter des Gefängniswärters einen Liebesbrief geschrieben haben. Für ihn stand das Leben über den gesetzlichen und gesellschaftlichen Ordnungen und insbesondere die Liebe spielte dabei eine wichtige Rolle. Dabei ist sie doch ein so schillerndes Phänomen, das oft schwer zu fassen ist. Denn Liebe ist viel mehr als nur das rosa-rote Gefühl, das zwei Verliebte verbindet. Wenn niemand bei dir ist, du denkst, dass keiner dich sucht und du hast die Reise ins Jenseits vielleicht schon gebucht, all die Lügen geben dir den Rest, halt dich an deiner Liebe fest. Halt dich an deiner Liebe fest. Wenn der Frühling kommt und deine Seele brennt, du wachst nachts auf aus deinen Träumen, aber da ist niemand, der bei dir pennt. Wenn der, auf den du wartest, dich sitzen lässt, halt dich an deiner Liebe fest. Halt dich an deiner Liebe fest. Wenn der Novemberwind deine Hoffnung verweht und du bist so müde, weil du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, wenn dein kaltes Bett dich nicht schlafen lässt, halt dich an deiner Liebe fest. Halt dich an deiner Liebe fest. Halt dich fest. Halt dich fest. Dieser Text, der ein Lied wurde, stammt aus Rio Reisers Tagebuch. Und ich finde, man spürt, dass mit Liebe hier ein grundlegendes, hier ein lebenswichtiges Gefühl gemeint ist. Es hat ganz viele Dimensionen und letztlich umfasst es alles. Rio Reiser war ein gläubiger Mensch. Und so ist es für ihn auch selbstverständlich, dass die Liebe zu Gott und die Liebe Gottes zu uns Menschen genau so dazu gehört, wie die Liebe, die wir anderen Menschen entgegenbringen. Du kannst, ja du sollst dich an deiner Liebe festhalten, selbst wenn du dich allein und einsam fühlst. Und das geht nur, weil die Liebe eben unvergleichlich ist. Man könnte auch sagen, Liebe ist nicht von dieser Welt. Sie hat ihren Ursprung bei Gott, der sie jedem und jeder von uns schenkt. Ohne Vorbedingungen. Und genau da liegt vielleicht auch der Knackpunkt mit der Liebe. Wir Menschen neigen ja grundsätzlich dazu, vieles zu kategorisieren und zu messen. Ist diese Art von Liebe das Gleiche wie diese? Was ist wichtiger, die Liebe der Eltern zu ihren Kindern oder die Liebe der Partnerinnen und Partner untereinander? Was ist mit der nächsten Liebe, die die Menschen um mich herum in den Blick nimmt? Was wiegt mehr? Sie merken vielleicht, die Liste kann ganz leicht, ganz lang werden. Wie wäre es denn, wenn wir versuchen, die Liebe, wie auch immer sie uns entgegenkommt, anzunehmen, ohne zu messen und ohne zu beurteilen. Und Liebe zu geben, wann immer wir sie in uns spüren und das Bedürfnis danach haben. Schließlich haben wir sie ja geschenkt bekommen. Von Gott, der uns unendlich liebevoll in unser Leben und in diese Welt gestellt hat. Ich finde, allein das ist ein Grund, um die Liebe zu feiern. Amen.